Herzlich willkommen ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel viel Spaß. Hallo, hallo ihr Lieben Leute. Heute gibt es keinen richtigen Bastelfilm. Es ist so ein Vorbereitungs-Überlegungsfilm. Und zwar hat auch schon mal jemand oder zwei, drei Leute haben gefragt, wie fängst du überhaupt irgendwas an? Und das Anfangen fällt uns immer so schwer oder keine Ahnung was. Also habe ich jetzt gedacht, ich werde euch bei diesem kleinen Projekt mitnehmen. Ihr erinnert euch, ich habe das Buch Du fehlst mir, hinten und vorne, in einen Bücherschrank gefunden und mitgenommen. Den habe ich jetzt komplett schon auseinandergenommen, den Band, das Büchlein. Und, einen Moment, ich muss den halt eben sortieren. Und hatte mir das jetzt so eigentlich schon für innen überlegt. Und zwar, ich muss jetzt wirklich mal eben gucken, ich bin so ein bisschen aus dem Takt geraten. Jetzt muss ich wirklich überlegen. Ja, das sollte hinten rein, aber da brauchen wir natürlich noch einen Hintergrund, weil ich das Gedicht eigentlich ganz schön finde für so ein Buch. Das ist alles aus diesem Buch bisher. Und das mit dem Engel und diesen Spruch wollte ich vielleicht auch haben. Und das soll dann einfach so... Moment, dann zeige ich das mal. Das wäre dann einfach, das würde ich so lassen. Wird vielleicht hier irgendwas noch drüber, aber das weiß ich nicht. Das spielt keine Rolle. Ich glaube, das würde ich auch vielleicht noch verändern. Aber das sehen wir noch. Du fehlst mir, das lasse ich auf jeden Fall so, wie es ist. So, das ist jetzt nur so ein Denkansatz. Das ist so die erste Überlegung. Buch auseinandernehmen, Seiten in diesem Fall ganz, ganz vorsichtig rausgenommen. Das heißt also, den Faden aufgeschnitten und die Seiten rausgenommen. Jetzt habe ich hier eins, zwei, drei Signaturen, Signatures. Das ist ein irres Format. Ja, das stimmt. Ich messe mal. Das ist 23,5 mal knapp 16. Ja, ich überlege hin und her, kreuz und quer. Muss mal eben einen Schluck trinken. Ich habe gerade... Es tut mir leid, hier bin mir mal ein Grosch in den Hals. Das sind diese alten Weiber, ne? Ich weiß auch nicht. Ich dachte, vier Signatures hätte ich. Ja, genau, vier habe ich. Vier ist eine dumme Zahl, ganz blöd. Vier ist nicht schön. Okay, das ist eine provisorische Größe. Wir brauchen eigentlich ein... Pass auf, wir machen es anders. Das ist noch so ein Rest, den man vielleicht verbrauchen kann. Wir legen das mal auf die Seite. So, Denk-Hilfe. Und dann habe ich mir hinterher überlegt, ja, die Seiten, die da sind, kann ich natürlich benutzen. Deswegen liegen sie ja hier. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Seiten. Und dann fiel mir ein, ich habe doch dieses Dokumentenpapier. Das habe ich doch im sozialen Kaufhaus gefunden. Das ist, das hört sich gut an. Man ist ein bisschen schwierig zu bekleben. Das ist irgendwie so ein Wuschenschwierig. Aber warum nicht, ne? Warum nicht? So, jetzt habe ich überlegt. Passt ja natürlich nicht. Wir holen uns mal. Das hätte ich jetzt auch ein bisschen praktischer. Was auch, wir können es auch ganz anders machen. Und dann ist ja Quatsch. Tut der Arm ziemlich weh. Ich bin ein bisschen eingeschränkt. Also seit, seit ein bisschen, ein bisschen. Ich mache mal ganz kurz hier nur ein Strichchen dran. Und dann so und so, so und so. Das wäre jetzt, das wäre jetzt die Seite. Eine. Zwei geht auch nicht. Haut auch nicht hin. Und halb ist definitiv halb zu wenig. Ja, gut, okay. Wir überlegen uns jetzt, die Seiten sollen ja nicht so groß werden, wie hier. Also hier wäre das Buch zu Ende. Ich nehme mal, ich muss mal eben lineal anziehen. Ich will mal eben anziehen. Mal eben gucken. Ja, ein Zentimeter. Ja, kann ich schon machen. Wir schneiden uns jetzt also, dieses Musterpapier, ungefähr jetzt bei, naja, ich habe so viel von diesem Papier. Ach, jetzt habe ich die Anzeige kaputt. Ne, die ist hier. Die Anzeige ist hier. Mal reinhalten. Ja, das wäre jetzt eine schöne Größe für mich. Das könnte ich haben. So, und jetzt werden wir hier nochmal, ähm, das muss ich an mich halten, sonst komme ich nicht zurecht. Ich bin irgendwie so ein bisschen blöd heute. Ich weiß es auch nicht wieder. Jetzt haben wir hier die Inchis. Oh, ja, ja, es ist doch, das ist doch nicht zu fasziniert. Du stellst dich aber auch schon wieder blödig an. Ja, blöde, blöde Frau, blöde. Ähm, ich würde fast sagen, anderthalb Zentimeter. Bei anderthalb machen wir mal ein Tatt, beziehungsweise nicht ein Tatt, sondern wir machen, so, wir legen es mal rein oder halten es mal dran. Ja, das würde mir ganz gut gefallen. Seht ihr? So, ne? Hm. So, okay. Jetzt versuchen wir das zu wiederholen. Ich mache hier so einen kleinen, kleinen Strich dran. Dann haben wir hier natürlich hinter viele, viele bunte Streifen, das ist schon klar, ne? Kann ich das sehen, irgendwo? Warte mal. Machen wir auch so. Mal gucken, ob das jetzt, das ist so eine Überlegung, ne? Also, das soll ja so ein Buch werden mit den Fotos von meinem Mann aus den letzten Jahren, ne? Wo es ihm nicht ganz so schlecht gegangen ist, dass man nette Erinnerungen hat. So, jetzt geht's los. Jetzt wollen wir das ineinander fügen, dass das möglichst eine stabile Geschichte wird. So habe ich mir das gedacht. Guck mal. Na ja, das könnte man zur Not kleiner schneiden. Nur ich habe es ja jetzt halt, also könnte man es jetzt auch so lassen, erst mal, ne? Ich sehe schon, da muss man sehr, sehr genau arbeiten, weil hier steht es schon übereinander. Da ist schon irgendwas nicht ganz, nicht ganz korrekt. Zugeschnitten ist es korrekt, die Falz ist nicht korrekt. Und, na ja, okay, das lässt sich alles noch, lässt sich alles noch richten. Das lässt sich alles noch richten, das ist nicht das Problem. So, dann würde ich das jetzt so einlegen. Also, das würde ich natürlich zusammenkleben, ne? So, du, 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 du. Lass mal eben zu Ende überlegen, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das so gedacht habe. Warte mal, das hier vorne. Ich wege das mal alles so ein bisschen zur Seite, damit wir hier nicht ganz im Chaos versinken. So. Okay, das wäre jetzt eine Originalseite, die wir haben. Die sind sehr, sehr dick. Hier ist die, hier ist jetzt die neue. So, wir wollen auch ruhig verschiedene Höhen einbringen. So, dann hätten wir das jetzt, ist genau andersrum, aber spielt jetzt keine Rolle, ne? Ist, ist, nur, dass man es mal sieht. Das sind die Originalseiten, die man kürzen müsste sowieso, gell? Die sind zu lang, ne? Da hätten wir genug Spielraum, die sind auch größer. So, ist das kompliziert, gell? Ich stecke das alles nochmal ganz ordentlich zurück. Also, wie viele Originalseiten haben wir denn? Wie viele Signaturen wollen wir machen? Wie viele Signatures wollen wir machen? Das ist die nächste Preisfrage. Hm, ich gucke nochmal neu. Ich gucke nochmal neu. Ich glaube, das ist mir, das sind immer nur zwei. Das ist mir schon zu viel. Eins, zwei. Okay, wir suchen mal die raus, die möglichst schöne Rände haben. Eins. Das andere wird beklebt, das ist ja klar. Das würde auch gehen. Ja, zwei. Da ist es schwierig, weil es zweifarbig. Gehen wir mal raus. Da ist es nicht so prickelnd, wegen, puh, wegen Denkste, ne? Wegen Denkste. Ja gut, das sieht man nicht. Okay. Dies ist wieder nicht so prickelnd, wegen zweifarbig. Hm, ui, 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 ui. Wobei, wir hätten hier weiß. Hier hätten wir auch viel weiß. Könnten wir auch nehmen. Gucken wir uns doch die anderen an kurz. Dann überlegen. Das wäre sehr schön hier, aber da haben wir wieder diese zweifarbige Stufe rein. Wie viele habe ich jetzt rausgesucht? Wären das eins, zwei, drei, immer noch vier. Also diese vier geht gar nicht. Ihr wisst ja, Empfängschuhe geht vier gar nicht, ne? Wisst ihr, ne? Hm, da macht man immer einen Kreis drumherum. Uh, böse vier. Nein, 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 böse vier wollen wir nicht. Wir nehmen fünf. Wir nehmen fünf. Fünf mag ich. Fünf ist eine schöne Zahl. Fünf mag ich. So, wir haben jetzt fünf. Dann machen wir, das ist dann außen. Und machen Seiten rein. Verschiedene Art. Jeweils, da hatte ich den Zettel, werden ja noch beklebt. So. Bevor wir da jetzt weitermachen, müssen wir eben gucken, mit was wir arbeiten wollen. Einen Moment, ganz kurz, ja. Einen Moment mal, ganz kurz. Ich lege das Papier hier wieder rein, damit mir das nicht zu sehr unübersichtlich wird. Alles, was ich jetzt mache hier. Das lege ich auf die Seite, bitteschön. Und zwar habe ich mir jetzt dieses wunderbare Papier gekauft. Ja, ich habe es mir gekauft. Ich habe darauf, äh, ich habe auf etwas anderes verzichtet, weil, ähm, nicht, dass ihr euch wundert, warum ich das Geld wieder aus dem Vollen rausschmeiße. Ich habe wirklich auf etwas anderes verzichtet und wollte mir, beziehungsweise wollte ein schönes Album für meinen Mann machen. Und ihr wisst ja vielleicht, dass er immer diese T-Shirts gern getragen hat, mit den Wölfen drauf oder Bären drauf. Ich glaube, er hat auch, wir haben auch eine Eule. Ich weiß nicht genau, er hat sich immer für Sternenkunde interessiert. Als Junge schon Astronomie und deswegen wollte ich unbedingt diesen Block haben. Seht ihr, ich nehme ihn jetzt schon mal auseinander, um mal zu schauen, was wir damit machen können. Das Papier ist sehr, sehr schön. Also hier würde man, guck, jetzt nehmen wir mal hier, dieses, um mal zu schauen, ha, ja, 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 das käme just hin, ne, just. Man könnte das dann so aufkleben, hier auf diese Seite zum Beispiel, so. Jetzt, das sind jetzt die Überlegungen, die ich jetzt im Moment habe. Aber, dann wird uns diese Rückseite verloren. Wobei, jetzt sind ja Rückseite, so, das sind jetzt zum Beispiel Sachen, die können wir aufnehmen. Ausschneiden. Das muss so bleiben. Unbedingt so bleiben. Und zwar brauche ich die Seite doch öfter. Wartet mal, ich lasse die mal raus, lasse die mal raus, lasse die mal raus. Da würde ich also bei dieser Seite, ich kann kaum den Arm auf den Tisch heben, ich kann es kaum machen. Bei diesen Papieren überlege ich jetzt wirklich zehnmal, bevor ich da anfange zu schneiden. Und das dauert halt und dann muss ich halt auch ein bisschen Mühe geben mit der ganzen Geschichte. Bei diesem Papier ist es jetzt so, das ist der Mond definitiv, da möchte ich die Rückseite nicht verlieren. Seht ihr? Weil die Rückseite auch so schön ist. Alles ist so schön. Da muss ich halt versuchen, ob ich das so, wartet mal, wenn ich das jetzt hier so, oh ja, jetzt könnte das sogar ein Vorteil sein, wenn ich das so überlappen habe, dass ich das so aufklebe, versteht ihr, wie ich das meine? Hier, ich mache es mal oben drauf, damit man es sich bildlich vorstellen kann. So, ne? Ich klebe das hier allerdings, dann habe ich die Rückseite ganz, beziehungsweise, ja, ich könnte es sogar so machen, dass ich das so mache. Ich mache es außen so und mache die Rückseite so, ne? Das müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Ich würde wahrscheinlich zu diesem tendieren. So, lässt sich machen, ja? Man muss halt nur sehr, sehr gut überlegen, damit man das Papier, um Gottes Willen, nicht zerschneidet aus irgendwelchen Gründen. Was steht denn da so drauf? No happy, no, 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 no hay on camino a la felicitat. What? Das ist Spanisch oder sowas. Läggst du mich doch am Arsch, oder? Ja gut, aber jetzt Spanisch, ich meine, wie viele Leute sprechen hier Spanisch, also ich nicht. Hmm, we are all starters, never stop looking. La magia de la vida. La magia de la vida. Keine Ahnung, Magical Vibes. Magical Vibes, das ist wieder Englisch. Believe, the beauty of nature is everywhere. Also solche kleinen Sachen könnte man mit reinbringen. Die Rückseite an sich ist auch sehr schön, aber da würde ich dann vielleicht ein paar Auflockerungen versuchen. Was mich ärgert ist jetzt diese Sprache, die ich leider nicht beherrsche. So, ja, oh ja, das wird kompliziert. Oh jo, richtig. Die Rückseite ist zu vernachlässigen in dem Fall, ist nicht so prickelnd. Wir haben hier diesen wunderschönen Wolf. Der Wolf, oh, seht ihr, da geht's schon los, da haben wir schon das Theater. Wir wollen mal schauen, der Wolf hört hier auf, hier müssen wir, bis hier müssten wir dann gehen. Und für die nächste Reihe oben reicht's nicht mehr. Das könnte man aber machen, indem man jetzt das stückelt irgendwie. Das kriegte man hin, um nicht zu viel, ja, diese Rückseite da mit diesem Baum, das ist schön, aber das muss ich nicht unbedingt haben. Da haben wir so eine Kraterseite, da müssten wir wieder hier arbeiten, dass wir hier den Mond, den Mond so haben. Da könnte man es zum Beispiel schaffen, vielleicht sogar ohne Probleme, zwei Seiten. Ja, das würde wunderbar gehen. Hier geht's. Da müssen wir wieder ausschneiden, seht ihr. Ja, für die jetzt gebrauchen, weiß ich noch nicht, aber die kann ich direkt rauslegen. So, jetzt haben wir die nächste Seite. Oh, die Rückseite ist auch schön. Okay, aber es bleiben nicht viele Seiten übrig bei Stamperia. Stamperia, never stop looking up. Wir können hier, the beauty of nature is everywhere, könnten wir machen, aber wir brauchen, wir haben hier wieder ein Problem. Wir haben große Probleme, wir würden das nicht schaffen. So, wir haben hier den Wolf, der Wolf ist mir jetzt in dem Fall die wichtigste Größe in diesem Papier, ja, ich lege es mal so drauf, wir haben hier den Wolf, den, und wir haben das, 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 das Dier, also, ähm, den Hirschen, den Hirschen, den könnten wir uns aber zusammen, und ein Frosch, den können wir uns zusammenstückeln, das würde auch klappen. Mit ein bisschen List und Tücke kriegen wir das hin, so, das müssen wir wieder ausschneiden, ah, die Eule, ja, da gibt es ja jetzt nicht, wie ist die Rückseite, die Rückseite ist so wunderschön, oh mein Gott, aber die Eule, ich hoffe, die kriegen wir die ganz rein, wo, 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 mal gucken, ah, die kriegen wir ganz rein, guck mal, toll, 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 die Eule kriegen wir ganz rein, und dann können wir uns sogar noch überlegen, mhm, welche Seite, ist das die Seite, oder ist das die Seite, schöner, mhm, würde ich vielleicht diese Seite nehmen, in dem Fall, seht ihr, dann hätten wir den ganzen Streifen noch übrig, mhm, das lässt sich gut machen mit der Eule, wunderbar. Dann haben wir hier die Mondkrater, und die Rückseite ist, ähm, ja, entweder Bordüre hier noch abschneiden, wäre auch machbar, weil, wir haben also noch zweimal Mondkrater. Dann würde es aber sehr langweilig, wenn, die, die Seiten sind schön gestaltet, wir würden hier die obere Ecke nehmen, und die untere Ecke, so. So, jetzt muss ich wirklich mal überlegen, Brüner, wie viel sind das denn jetzt, schwierig zu berechnen, weil das ist jetzt jede Seite so, jede Seite so, mhm, 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 es sind nicht viele Seiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eigentlich 9, 10 mit 8 und Krach, 11, 12, 13, 14, da könnte man jetzt die Kleintags noch rausnehmen, das wäre dann schon sinnvoll, die muss ich mal zum Ausschneiden, so, wir haben nicht so furchtbar viele Seiten, wie wir uns das jetzt würden wünschen vielleicht, das ist nicht so viel, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, passt natürlich nicht zu 5, 7 zu 5 ist jetzt eine Größenordnung, die wir, so, ich hole meinen Lieblingsblog, meinen allerliebsten Lieblingsblog hole ich jetzt, weil, warte mal, genau, den Wolkenhimmel, den Wolkenhimmel wollte ich mit reinnehmen, passt wunderbar, oder, sag doch mal selber, ich würde auch den Strand mit reinnehmen, da scheue ich mich aber, weil wir nur ein einziges Mal in unserem Leben am Strand waren, ist das die gleiche Seite, ne, das wäre natürlich schön, ne, so als, was ist denn auf der Rückseite, wenn wir mal gucken, braun ist auch gut, ja, klar, ok, und hier ist auch braun, ist ein anderer Himmel, definitiv, gell, ist ein anderer Himmel, ist das der Himmel, den ich habe, ja, das ist der Himmel, den ich habe, mit den drei kleinen Pupsi-Wolkes, hier ist noch ein anderer Himmel, der ist auch sehr schön, wir haben die Wahl zwischen, wir nehmen dann diesen, weil der mit, ach ne, warte mal, ne, 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 Petra, stop it, stop, 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 überlege zu Ende bitte, es wird sich sowieso noch vieles, hier, wir nehmen diesen, das ist leider auch super, super dick, super dick, man, so, dann lege ich diesen Block schon mal einmal auf die Seite, so, das wäre dann, äh, wir hatten gesagt, sieben, acht, neun, mir fehlt jetzt immer noch tatsächlich eine Seite, äh, das ist, das ist, das ist, das ist, das, kriegen wir hier noch eine Seite raus, wollen wir nochmal eben nochmal, deswegen gucken, ob wir das schaffen, irgendwie, vielleicht schaffen wir es, vielleicht, ich weiß es nicht, versuche es, ja, wir hätten noch diesen anderen Himmel, den haben wir, wir hätten noch den Himmel, und dann wäre auf der anderen Seite, wäre dann, ist egal, jetzt macht das Kind, macht jetzt, Himmel, 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 Ach, nimm ihn doch raus, ey, 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 du bist aber auch heute schwierig, so, der nächste Block, den ich hier habe, ist dieser, da weiß ich nicht, ob ich da überhaupt was finde, aber wir blättern mal ganz schnell grob, tu ich mir, erinnert sich irgendwas da, hihhhhhh, Ja, das haut jetzt natürlich sehr ins Kontor, wenn ich mal so sagen darf. Ich glaube, den sollte ich mal in der Warteschleife lassen. Da bin ich noch nicht von überzeugt, dass ich das gebrauche. Wir haben noch diesen wunderbaren Block. Da werden wir doch vielleicht noch was finden können mit Briefen, oder so habe ich gedacht. Wollen wir mal gucken. Also die Sachen sind mir zu auffällig alle. Diese hier gehen. Aber diese Seite ist sehr, sehr schön. Guck mal, das ist so eine schöne nostalgische Seite. Da können wir schon mal. Es wäre schön, wenn wir da ein oder zwei, ach, das sind immer drei, okay. Ja, bei den Rosenkarten, da nehme ich mal eine raus, ne, weil ich würde das vielleicht ganz gerne, aber nur ausschneiden, die Rosen. Das ist Nordamerika, ja, also Südamerika. Quatsch. Na ja, mit den Landkarten weiß ich nicht wirklich, muss ich mal überlegen. Na ja, es würde für Männerdings gehen, aber finde ich nicht so prickelnd. Ja, das sind jetzt die Seiten, die ich jetzt rausgenommen habe. Das ist mehr zum Ausschneiden gedacht, dieses hier, beziehungsweise hier könnte man natürlich die Seite benutzen. Das müssen wir nochmal überlegen. Und die können wir natürlich benutzen, so wie sie ist. So, jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ja, das müssen wir dann mal zuschneiden, langsam, aber sicher. So, die Überlegungen nehmen hier also Formen an. Ich würde jetzt ganz viele Papiere zuschneiden, die dann aneinander kleben. Warte mal, das lässt sich doch sicherlich, lass mich doch mal überlegen. Ich bin wirklich noch nicht so weit. Ich muss wirklich, wenn ich hier einen reinstecke, dann... Man könnte sie auch so stecken, indem man zwei solche Seiten hat und eine solche. Man kann sie auch verschieden stecken ineinander. Man könnte sie... Das geht ja nicht, weil man es nicht kleben kann. Man könnte es schon machen. Ach nee, das geht nicht. Ach, ich habe einen Denkfehler im Kopf. Ja, 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 ich habe einen Denkfehler. Aber manchmal stelle ich mich aber auch wirklich schwierig an. Ja, also die Möglichkeit, man kann es so machen. So, da kann man hier was dran kleben. Dann kann man es von beiden Seiten sehen. Dann hat man das. So, hier ist es genäht. Dann kann man hier was dran kleben. Kann man von beiden Seiten sehen, dann hat man das. So, das wäre schön. Dann hätte man aus zwei Papieren vier Seiten. Acht Seiten sogar, ne? Also so gesehen. Eins, zwei, drei, vier. Also Doppelseiten, acht Seiten. Das ist eine Überlegung wert, oder? Und man hätte immer wieder verschiedene Höhen drin. Was ja sehr schön ist. Okay. Okay. Ich werde mir jetzt ein, 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 ich werde mir jetzt ein genaues, ich habe auch wirklich nur dieses Papier hier wieder zu haben. Das ist immer das gleiche bei D.V. Das ist immer das gleiche Problem, das ich habe. Da muss ich jetzt möglichst genau aufzeichnen. Und dann mache ich mir ein Musterpapier. Und danach arbeite ich dann die anderen Papiere. Das wäre natürlich sinnvoll. Ich hätte das Musterpapier in etwas dickerer Ausführung, aber habe ich jetzt nicht. Guck. Jetzt wird auch wieder ganz schlecht schneiden. Das ist dünne Viertelzeug. Dann mache ich hier schon die Falz rein. Die sind schon gerade liegen, Fräulein. Sonst hat es keinen Sinn. So, genau. So, das ist also mein Musterchen. Ja, die Bilder habe ich noch nicht, die Fotos habe ich noch nicht. Die sind alle noch in meinen Ordnern und auf Festplatten und überall. Und, ähm, mir gefällt das nicht schlecht. So, das lege ich jetzt als Musterseite nach unten. Und dann kann ich mich mal so durcharbeiten und gucken, was kann ich mit den einzelnen Seiten anstellen. Also ich möchte unbedingt in dem Fall zum Beispiel hier unbedingt das haben. Beides. Beides. Das würde klappen, wenn ich es so machen würde. So, da brauche ich es eigentlich nur drauflegen. Und hier einmal. Und hier einmal. Am besten, man fängt jetzt an und legt mal ein, zwei Seiten so drauf, damit man mal einen Eindruck gewinnt, ob einem das überhaupt gefällt. Seht ihr, da haben wir schon nicht drauf gepasst. Gut, dass wir noch nichts gemacht haben. Dummes Ding, du. Du dummes, dummes, dummes Ding. Das Geweih wollen wir doch nicht verlieren. Ist doch logisch. Nochmal jetzt kontrollieren wir es aber nochmal nach, ja. Ja, da ist das Geweih drauf. Okay, jetzt müssen wir also einmal hier. Ich schneide mal hier, dann kommt die Sache so ein bisschen in Gang. Mal irgendwie mal anfangen, ne. Da haben wir jetzt die richtige Anzeige. So, dann haben wir da den Mond durchgesämmelt, aber ist nicht so schlimm. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir ja hier und hier müssen wir schneiden. Das ist nämlich, guck, genau. Da haben wir auf den Popo nicht geachtet. Auf den Popo. Ich muss erstmal schon, das hatte ich eingezeichnet. Doch, doch, doch. Hatte ich drauf geachtet. Ganz genau. Den kann ich nochmal nehmen. Den Anzeiger hier. Also diese Papiere, die kann man eigentlich irgendwie alle aufheben. Weil, jetzt machen wir noch eine Anzeige rein. Ich kann so schlecht immer über Kopf sehen, ob es wirklich angiegt. Ja, doch tut es. Hier. Wir senden also jetzt hier noch einmal entlang. Wir schaffen das. Wir lassen uns aber Zeit, weil wir sind ja hier nicht auf der Flucht. Wir wollen das Papier ja nicht verballern. Das wollen wir nicht. Guck mal hier, die Sachen kann man alle aufheben, ne. Das schmeißen wir natürlich nicht weg. So, jetzt haben wir hier eine wunderschöne Seite. Habe ich da noch eine Anzeige drin? Wahrscheinlich nicht. Mache ich jetzt nur mal so leicht. Geht in dem Papier ja auch verloren. Wie das ist nicht so dramatisch. Wir kommen gerade an dem Baby vorbei. Seht ihr? So, just. Juste mal. Ja. Hm. Wir würden das jetzt ja... Weil hier ist die Rückseite nicht so furchtbar wichtig. Wir würden das jetzt ja dann einfach auf so eine Seite auch aufkleben wollen. Ja. Da müssen wir sehr knapp kalkulieren. So ungefähr. Ist ein bisschen zu hoch. Ja. Ist ein bisschen zu klein. Hm. Okay. Ja. Das ist jetzt die Frage. Wir haben jetzt hier so einen Bogen zugeschnitten, der hier von der Höhe her passen würde. Wir könnten diesen Bogen jetzt aber auch halbieren. Knicken. Auf der einen Seite Baby, auf der anderen Seite... Dann hätten wir hier ein wunderbares Motiv und könnten hier ein Foto einkleben. Wollen wir das in so einem Fall machen? Das ist schwierig, ja? Ja. Halbe Stunde ist um. Seht ihr? Ich habe eine halbe Stunde vorgegeben. Und ähm... Das sind jetzt Sachen, da gehe ich wirklich in aller Ruhe dabei. Und deswegen habe ich es jetzt original euch mal gezeigt. Viele denken, die Sachen, die flattern einem alle so zu. Ja. Manches ja, manches nein. Bei einigen Sachen muss man dann halt auch schon wirklich ein bisschen rumtüfteln. gerade, wenn man diese ganzen Motive möglichst, möglichst nicht kaputt haben will. Ne, wir könnten... Dann hätten wir den natürlich nicht abschneiden brauchen. Die Überlegung kam ein bisschen spät. Ich überlebe es wirklich. Halbe, halbe. Das wäre hier. Könnte man ein gutes Foto draufkleben hier jeweils. Das sind aber kleine Fotos. Iiiiih, da muss ich überlegen. Ja, 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 das ist keine einfache Sache, Kinder. Das will ich euch sagen. Wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt hier... Das wäre dann die Mitte. Käme das so raus. Ja, das bin ich, ne? Das sieht schon aus. Das geht schon. Wir überlegen das noch. So. Äh... Ich möchte dazu sagen, zu dem, was ich jetzt gleich hier hinten anhänge. Mit dem Papier. Da habe ich angerufen, habe mich gemeldet und habe mich wirklich beschwert. Und, äh... Weil ich habe gesagt, das ist... So geht das nicht, ne? Das war meine erste und letzte Bestellung da. Also nicht, dass ihr denkt, ich mache das nur so. Nein, ich habe mich da natürlich gemeldet und war auch wirklich stinkig drüber. Und, ähm... Ich habe das Papier, weil das ja so verknickt war, heute Nacht gepresst mit dem Bügeleisen. Und es ist okay. Aber ich meine, ganz ehrlich, ich kaufe mit... Das ist ja sowieso nicht davon. Ist ja Quatsch. Ist ja gar nicht davon. Das war ja gar nicht. Das ist ja dieses hier. Wenn man lange noch hinguckt, sieht man den Knick noch. Aber wir verarbeiten das jetzt. Aber es ist ja nicht Sinn der Sache, dass ich mich jetzt erst so ein Klicke bemühe, ne? Naja. Das ist das. Ich hänge das mal an, so Information halber. Und, äh... Weil ihr ja wisst, ich mache gerne für Leute Werbung. Für... Für alles Mögliche. Wirklich gerne. Und unbezahlt immer. Weil ich einfach überzeugt bin davon. Und weiß, manche suchen auch das vielleicht gerade. Und so und so als Tipp, ne? Okay. Ach, Kind, ich komme, komm, wir uns tun hoch. Ich wünsche euch was. Ihr seht, das wird eine lange Sache. Ich lasse mir da ganz viel Zeit mit. Ihr braucht mich jetzt aber nicht bei allen Schritten begleiten. Nur, ich wollte euch das mal zeigen, was alles so vorausgeht, bevor man überhaupt mit so einem Buch teilweise anfängt. Das sind teilweise wirklich ohne Witz ein paar Stunden, indem man erstmal Material zusammensucht, überlegt, wie kann ich es machen. Ähm, Format ist jetzt in dem Fall ja vorgegeben. Was hat Sinn, was geht gar nicht, sowas, ne? Was kann ich vom alten Buch verwenden, was geht überhaupt nicht, so, ne? Ihr wisst, was ich meine, ne? Und, äh, insofern, ähm... Ja, also ich freue mich auf dieses Projekt. Ich werde euch bestimmt zwischenzeitlich nochmal mitnehmen, wenn ich es zugeschnitten habe, vielleicht nochmal zeigen, dass ihr mal seht, wie es mir gelungen ist, oder... Also, das Allerschönste ist der Wolf. Weil, das war... Ach, er hatte mehrere T-Shirts auch mit dem Wolf. Ja. Naja. Okay. Das war das. Das war der erste Teil vom... Ja, wie soll ich sagen? Erinnerungsbuch vielleicht, ja? Wir wollen mal bei Deutsch bleiben. Es wird immer doller mit dem Englischen inzwischen überall. Wir bleiben mal bei Deutsch. Wir paar Leute, die noch Deutsch sprechen. Ja, und dann kann man auch, ohne dass es ein Stilbruch ist, denke ich, äh, so ein oder zwei so Rosen mit reinnehmen. Oder mal so Postkarten. Wir werden schauen. Also, es ist sehr, sehr viel, was ich jetzt noch ausschneiden kann. Das mache ich natürlich ohne euch. Die Eule, die liebe ich und den Wolf und den Hirsch. Ja, den Mond natürlich, ne? Never stop looking up. Da haben sie natürlich so ein... Puh, die doofe Dings reingemacht. Das ist nicht schön. Naja, müssen wir gucken, was wir davon verarbeiten können, ne? Müssen wir gucken. Das Ausschneiden mache ich auf jeden Fall ohne euch. So, ich wünsche euch was. Alles Liebe, alles Gute. Ich habe noch was anderes zu tun heute. Bis bald. Tschüss. Auch wieder schauen. Hallo, ihr Leute, ihr lieben Leute da draußen. Ihr wisst ja, dass ich immer sehr, sehr gerne Werbung für Firmen mache, mit denen ich sehr zufrieden bin. Und bisher kann ich auch nie was Negatives sagen. Was mich allerdings jetzt heute gerade erstaunte, war eine Sendung aus dem Kunstpark. Ich lege extra lineal an. 28 cm Breite. Es wird auch nicht mehr. Ich lege es gerne nochmal hier hin, damit ihr seht, dass es hier wirklich übersteht. 28 cm Breite. Der Karton... Achso, ja, warte, warte. Will ich auch gerne nochmal zeigen. Fahr mir jetzt hier komplett kaputt an. Will ich doch nochmal eben zu Ende zeigen, damit wir hier wissen, wovon wir hier überhaupt treten. Seht ihr? Umfeld, umweltfreundlich verpackt, ja. Also, umweltfreundlich verpackt heißt, der Karton ist nicht stabil. Und er ist viel zu klein. Das ist umweltfreundlich verpackt. Also, das ist die schlechteste Bastelverpackung, die ich jemals, jemals irgendwo bekommen habe. Und, ähm, das muss ich ganz ehrlich sagen, 5 %, die werde ich wohl nie einlösen, denn, ha, da braucht ja keiner glauben, dass ich jemals dann nochmal kaufen möchte, ja. Und zwar hatte ich mir lange überlegt, ich hatte zwei Sachen, die ich... Ihr seht das vielleicht, dass ich das mal richtig... Warte mal, ich mache es jetzt mal anders. Die Kamera hatte ich jetzt extra ganz hoch gedreht, damit ich den Karton zeigen kann. Ich komme ein bisschen euch irgendwie wieder entgegen. Das ist dann etwas angenehmer vielleicht. Guckt euch das an. Es ist total verknickt. Es ist ein dicker, es ist ein richtiger Knick drin. Ich habe schon dran rum, hin und her, aber er bleibt drin, ja. Andere Papier auch. Ist ja klar, in 28 cm kann man keine 30,5 cm großen Seiten reinquetschen. Sicher, man kann es. Also, äh... Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Kunstpark. Würde ich mit Sicherheit in meinem ganzen Leben nicht nochmal bestellen. So eine... So eine lieblose, schlechte Verpackung habe ich überhaupt noch nie erlebt. Und mich ärgert das, weil ich habe gerade speziell... Dieses Papier habe ich sehr, sehr lange überlegt, ob ich das... Hier ist ein richtiger... Ihr könnt es vielleicht sehen, dass es sich bewegt. Es ist ein richtiger hoher Knick drin, ja. Ich habe schon die ganze Zeit versucht, dagegen zu steuern, aber der Knick ist im Papier drin, also... Bitte, der bleibt drin, ja. Das ärgert mich jetzt so sehr, weil ich mir eigentlich ja kaum noch Papiere kaufe. Und ich hatte dieses Papier gerne haben wollen, weil ich für meinen Mann diesen kleinen Erinnerungs... dieses Erinnerungsbuch mir machen wollte. Und mein Mann, der hat sich unter anderem immer für Weltall, als junger Mensch schon interessiert. Da hätten diese Sternenkarten und so alle gut gepasst. Wölfe und so weiter... Da denke ich an seine T-Shirts, die er immer so gern getragen hat. Und hier ist auch wieder... Wahrscheinlich der Mond... Mondkrater und so weiter. Hier so wunderbares Papier. Und dann habe ich gedacht, ja, okay. Da möchte ich gerne sein Buch mitmachen. Seht ihr auch hier die Eule mit dem Weltall. Und das Ganze ist sehr, sehr schön. Es ist wirklich sehr, sehr schön und hochwertig. Und ich habe lange überlegt, ob ich mir das hole. Und ich ärgere mich jetzt, dass das genau ausgerechnet jetzt den Knick hat. Also sowas von lieblos. Und vielleicht erinnert sich hier... Hier ist der Knick auf der anderen Seite. Upsala. Einen Moment. Hier ist er auf dieser Seite. Man kann es sehen. Seht ihr? Ist der Knick genauso gut drin. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich schon mal das Papier verarbeitet habe. Orchids and Cats. Also Orchideen und Katzen. Und ich habe das Buch damals verschenkt. Soweit ich mich erinnern kann. Ja, ich glaube, ich habe es verschenkt. Ich fand das sehr schön. Und ich hatte... Es war dieses 8x8. Und das ist etwas kleineres Format. Aber ich fand die Seiten so schön. Seht ihr? Ich blätter das noch mal mit euch zusammen durch. Sodass ich mir jetzt überlegt habe, dass ich ja... Wollte ja ein Katzenbuch machen für mich. Guck mal, hier ist das toll mit dem Haus. Und auch hier mit dem Fenster. Dass ich mir das gerne noch mal für mich selber machen würde. Weil ich da einfach das Papier so schön fand. Das mache ich mir auch so gern leid. Ja, aber es ist natürlich jetzt alles verbogen. Deswegen blättert es sich auch so ein bisschen schwer. Ja, das muss ich sagen. Das war jetzt leider... Es ist so verbogen, dass die ganze... Also das Ganze, was zusammengeklebt ist, das Gummizeugs, ist schon alles aufgestellten. Ja, ich habe eigentlich Stempel genug, ist richtig. Aber für ein Katzenbuch hätte ich gerne noch ein paar mehr gehabt. Und dann habe ich diese geentdeckt. Und dann kam ich auf die Idee, das in eins zu bestellen. Und das ärgert mich jetzt tatsächlich wirklich. Es hätte ja noch andere Möglichkeiten gegeben, zu bestellen. Warum ich jetzt gedacht habe, ich probiere mal einen neuen Versender aus. Ja. It's better with cats. Life is better with cats. Friendship home is where the cat is. Ja. Das war kleiner, enttäuschter, enttäuschender Kauf. Zugelegt wurde noch irgendeine Farbe. Tja, was brauche ich, die eine Farbe? Ich meine, ganz ehrlich, was... Dann hätten Sie lieber das lassen sollen. Ja, die Farbe brauche ich nicht. Und mir lieber bitte das Papier heile schicken sollen. Und nicht so verquetscht. Und seht ihr, das steht... Ich habe so dran rumgebogen, das steht immer noch hoch. Ja. Ja, mich ärgert das. Ja, Vormerken, Kunstpark nicht mehr bestellen. Nein. Sehr enttäuschend. Sehr so lieblos verpackt. Nein, das muss ich nicht haben. Ich denke nur an La Blanche, die diese schönen Kartons hat, zum Beispiel in der Originalgröße, dass die Papiere wohlbehalten da ankommen. Ja. Gut. Das ist das. Man erlebt auch solche Sachen. Das wollte ich nur aufnehmen, bevor ich das vergesse. Heute ist immer noch... Ich habe schon einen Film, der wird gerade online geladen. Was haben wir denn für einen Tag? Ich habe keine Idee. Mittwoch, ne? Ja. Ich bin so verwirrt. Immer noch Mittwoch. Nächste Bustelfilm kommt dann am Donnerstag. Schalte ich den da vor. Macht's gut, ihr Lieben. Ja, shit happens, ne? Also, wie gesagt, da bestelle ich nicht nochmal. Da bin ich sehr enttäuscht. Wer so lieblos versendet. Ist nicht okay. Muss man auch mal sagen. Denn ich sage ja immer, wenn ich in Ohren... Es ist alles okay. Es ist alles okay. Und dann sage ich es auch gerne. Und bin wirklich der Letzte, der es nicht sagt. Aber wenn es nicht okay ist, ist es halt nicht okay. Bis dann. Tschüss. Schön, dass ihr wieder dabei wart bis zum Ende. Ich danke euch dafür. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Und ihr habt vielleicht einige Ideen mitnehmen können. Oder Anregungen. Naja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute. Auf Wiederschauen.